so wo waren wir denn wo waren wir denn wo waren wir denn ich glaube wir wollten darüber wenn ich mich recht erzinne genau da geht ja hier runter die haben berg mir nicht auf die nüsse wird sowieso jetzt dunkel du brauchst dich auch nicht verstecken ich tue dir nichts überhaupt nicht so und gehen wir mal eben pennen dann haben wir das nämlich auch schon so der axia darüber wollten wir wir wollten darüber genau wir wollten darüber das war nur die frage ich würde sagen wir machen das doch mit dem bötchen hallo das spielt auch wieder wo ist mein boot 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 hallo ein delfin da war doch was was ist das dann läuft doch irgendetwas da oben rum oder nicht sieht sehr komisch aus so war da wir haben was war das denn was ist das denn was sind bäume das sei es vom weiten sah das aus wie ein dorf ja dann nehmen wir doch das dorf dann nehmen wir doch das dorf mal gucken was wir da so schönes finden daher wenn da auch wenn doch so ein dörflein ist dann nehmen wir das doch mit dann nehmen wir das so direkt mit und wir bauten hier mitten im wasser eine sandbank was soll das denn guck mal an ihr habt auch ihr habt die ruhe weg kinder ist auch ein schönes dorf ist das das ist wirklich ein schönes dorf gibt mir noch mein boot das haben wir das haben wir ich komme von weiter weg von sehr weit weg was haben wir denn hier kohle kohle gibt es im smaragd ja ich bin wenn die hier ist auch kohle drin die gleisen sind auch ein so mal gucken eine lore wir nehmen die gleise mit wir nehmen die kohle mit weil kohle sowieso ist ja standard mangelware sie nehmen die lore macht wir machen wir machen das anders kommen so ach die ist voll ja schön die ist leer guck mal da packen wir da das rein das können wir auch da rein packen das packen wir da den packen auch da rein die kirchen nicht da packen wir da rein so 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 das haben wir alles ne dann nehmen wir das nämlich wieder auf die hand die ist leer nicht voll hallo die kiste die ist mir die ist mir die will ich wieder haben sie sind ja guten tag guten tag hat haben wir da haben wir noch ein schmiede guck mal was die so schön ist was ist das denn du hast der von bro entdeckt ach das hier ist der von bro ja hier auch schön jedes dorf hat seinen namen ja herr herrlich willkommen in devonbro ein eisenschwert eisen rüstung haben brot sitzlinge der brot nehmen wir mit brot ist immer gut ne was haben wir hier dark steel ist auch gut dark steel upgrade solar sehr schön kommen die eisenpanzer nehmen wir auch mit das eisenschwert nehmen wir auch mit was haben wir hier eine musik disk ja die nehmen wir auch mit musik unterwegs ist auch der pf den packen wir da rein den packen wir da rein das packen wir auch da rein das packt man da rein wir brauchen so lange mal eine neue kiste dankeschön was ist noch die zahnräder die sind eigentlich auch gold werten die sind eigentlich sind hier auch da braucht man die nämlich nicht mehr machen auch die 80 ist doch voll die gäste und die zahnräder so wir müssen dann mal irgendwie so machen dass wir die kisten mal färben oder so das wäre ja eigentlich am sinnvollsten wenn wir die färben dann könnte man nämlich da direkt von der farbe her dann gucken ja guck mal rot ist voll braucht man nicht mehr das haben bienen hallo runter dann genau da kommt man mal die leute wisst ihr was ich mache oder geht da lang das sieht übel aus hier läuft darum ja dann da guck mal das 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 nehmen wir raus so dann haben wir nämlich die nächste dankeschön da nehmen wir auch raus dann haben wir wieder eine ja komm die können wir auch mitnehmen aber noch eine guten tag ich nehme nur die kisten mit mehr brauche ich nicht da haben wir auch guck mal hier nehmen wir die nämlich auch noch mit so das sehen wollte ich nicht ich wollte den genau so das packt man rein das packt man rein dass das packt man kann ich auch da habe ich natürlich nicht da rein packen natürlich nicht aber ist ja nicht schlimm das sind hier nämlich die lehre die kann man dann da hin packen die kuppen kann man auch da rein packen den kann man gleich mal wegwerfen hier den kann man gleich mal schön irgendwo dezent hinpacken wo den keiner braucht so und dessen bloß schönen der wunderschönen der wunderschönen bloß herrlich wir haben der wunderschönen wahnsinn damit habe ich ja nicht gerechnet dass jedes doch jetzt hier noch seinen eigenen namen hat ist doch sehr schön hat sie hat sie gesundheit ja danke johann nach haben wir noch könige ziegbaum den immer mit padauk pudok padauk gartenschere gartenschere ist ja ein gold nehmen wir die waben auch noch mit brauchen wir die ja komm wir nehmen ein paar mit was soll's gemeine drohne gemeine drohne weilige prinzessin makellose abstammung aber ich glaube die haben wir schon du was für leere hülse ah nix da ja ich weiß ist sehr schlimm hier der ist voll aber die können die setzlinge ne dann ist doch guck mal hier ah guck mal packen wir den da rein die packen wir da rein so die waben packen wir auch da rein so das war dann Devon Ball jetzt geht er weiter wo geht es hin wo geht es hin wo geht es hin da ist noch ein garten da ist auch noch was da steht ein haus ne da steht doch ein haus sehe ich das richtig ja ne sehe ich richtig da steht ein haus jetzt ist wieder die frage ist das so wie beim letzten mal da drunter alles radioaktiv verseucht ist oder schaffen wir es diesmal und kommen da raus das will ich doch jetzt nicht das müssen wir auch jetzt mal gucken ne das so aber wir werden auf jeden Fall wir werden hier noch ein bisschen bleiben damit wir noch pennen können guck mal hier noch so schönes finden ich glaube zwar nicht dass wir hier noch irgendwas wobei die zielsteine die zielsteine haben wir sonst noch hier irgendwas betriebenen walzwerk da kannst du dann irgendwann walzen auch nicht schlecht so ein Prellbock wer auch könnten wir eigentlich sollen wir die mitnehmen sollen wir den Prellbock mitnehmen müssen brauchen wir den ich hatte ja dann sowieso vor aus unserer aus unserem Lagerhaus runter in die Höhle wollte ich an so eine Minenbahn bauen da wären die ja gar nicht so verkehrt wenn wir die mitnehmen würden ne machen wir da was nehmen wir sie doch einfach aber ist ja sowieso nur so ein Upgrade wenn das sowieso nur so ein Upgrade ist gib mal her sehr schön na mal da dann kommen wir uns in die Höhle guck mal ich helfe dir mal ich bin ja ne von Natur aus freundlich ich helfe dir den packen wir mal da hin ja du musst schon ne schädel hier musst du alles geh doch da rüber ja ja so jetzt stehst du der steht da auch wir guck mal dafür hier irgendwo kommen gehen wir hier rein als soll es hier und tag ich möchte hier noch mal ein Bett aufbauen du kannst nur nachts schlafen ja ich weiß aber wir können derzeit mal schnell was essen wir können ja schnell was denn dann passt das ja so siehste und hann nicht an mein körper geht freund jetzt am hallo hallo du stehst auf meinem Bett ich glaub dir geht es zu gut so das war devon bro so dann gehen wir mal weiter wo wollten wir hin wo wollten wir hin da hinten hatte ich gesagt ne da hinten genau da stand irgendwo noch ein Häuschen da irgendwo ne da da steht das Haus wo ist denn mein Bötchen mein Bötchen dann mal darüber dann guck mal dann gucken wir mal was da so schönes auf uns wartet na 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 wir haben eine sehr schöne Felswand eine sehr sehr schöne Felswand wo ist mein Boot wo ist mein Boot mein Boot ist weg hallo nein 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 scheiße wieder radioaktiv verseucht ja das ist doch jetzt nicht wahr oder oh das ist ja jetzt müssen wir laufen jetzt müssen wir laufen das ist ah kacke kacke und keiner weiß wie weit das geht das ist das Schlimme da braucht man nicht scheiße immer diese radioaktiven Dinger schlimm Abbaulähmung Schwäche ja fängt an ich muss raus hier er Ja ihr seht unten an der Essliste und ich muss mir ein neues Boot baut Wohlgenährt, Hunger, Abbaulemo, Schwäche 2, sehr schön, keine Ahnung, ja, ja, ah, 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 ich liebe das, ne, du kannst, ich, machtlos, da bist du machtlos gegen, immer diese Radioaktivität, da ist, im Grunde kann ich jetzt nur warten, bis ich sterbe, Ah, ich habe auch kein Patentrezept dafür, was ich jetzt dagegen machen kann, die Fleischpizza, die würde vielleicht helfen, Das ist doch Wohlgenährt, genau, die Fleischpizza, die müsste sich jetzt eigentlich wieder, Ach, die krieg ich gar nicht abgebaut, ja, die, scheiße, die krieg ich gar nicht abgebaut, Ja, moin, Mein Bett ist blockiert, das stimmt doch gar nicht, wo muss ich denn hin, wo bin ich, ich bin da, und der Todespunkt ist, Ja, dann würde ich mal sagen, einmal teleportieren, Ich weiß nicht warum, ne, ich weiß nicht warum, Das hier immer so merkwürdig sein muss, Das ist echt bemerkenswert hier, Echt bemerkenswert, So, ja, Das ist, Das ist der Nachteil, wenn du, Dann, ähm, 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 Radioaktive Seiten hast, Flächen, und dann, ähm, Vielen Dank.